jo leute und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen shop video und der shop ist jetzt auch schon da in einer sekunde man sieht auch schon der hintergrund hat sich verändert sieht auf jeden fall nice aus und ich würde sagen wir gehen direkt mal nach ganz oben hin und gucken was wir da am start haben sakura und blanker paket ok ich glaube dazu gab es auch ein turnier oder gibt es bald ein turnier und da haben jetzt auf jeden fall jede menge sachen im start street fighter sachen ok ansonsten vorgestellte sachen sturmlicht paket nichts besonderes tägliche sachen direkt zwei neue sachen hier ok die sachen von gestern noch geblieben die ganze pakete und woher auch noch da und auch der moonlight interessanter shop echt viel am start und auch viel neues und ganz oben sakura und blanker paket das ist einmal die sakura mit diesem rücken accessoire sind weitere charaktere aus street fighter sieht man hier auch dann gibt es noch den blanker und hier gibt es auch noch ein rücken accessoire und im paket gibt es dann hier ein ladebildschirm sieht man hier auf jeden fall die beiden und da gibt es hier noch die passenden modes von den beiden einmal von sakura und dann noch hier vom blanker der rückwärts alto ok macht er den jetzt auch oder warum passiert da nichts jetzt macht er ihn rückwärts alto ganz weiß ok und das zeug wird auch noch mal einzelne neben zu kaufen ich sehe schon es gibt ja auch noch ein ausrüstungspaket einmal hier kampfturnier trophäe ok sehr sehr neues dann gibt es noch tropen spieß und da sieht man schon verschwindet hier wenn wir alles beim schlagen und da gibt sie noch einen gleiter ok echt neue sachen wie gesagt aus street fighter und die sachen die nummer eins sind kaufbar darunter sturmlichtpaket ich muss dazu glaube ich gar nicht viel sagen dass das gefühl jeden monat am start in den beiden hacken hier und gleiter kein besonderes paket ehrlich gesagt und darunter tägliche sachen triumphal und ich denke mal das wird dann jetzt auch passend in street fighter mode sein aber mal gucken ok der geht ja wenn wir ordentlich ab ok neuer ikonreiterns mit einer cool musik hier ich kann es auch nicht allzu lange abspielen und das hat glaube ich dann aber auch nichts mit street fighter zu tun darunter niemals nachlassen hört sich so an ok wird wahrscheinlich auch eine geschützte musik sein also hier so gesehen zwei neue ikon sachen ganz cool prinzessin felicity fishnummer am start und der guaco dann gibt es noch kapuera auch schon echt alt ansonsten noch den funkenzünder und den seeigel ok interessant und da gibt's noch puffer ok und ich würde sagen ich guck mal wie lange die sachen her sind scheinbar alles nur einen monat her und auch die sachen darüber nur monat her und die haben halt wirklich sehr sehr viele neue sachen ist schon wirklich ein krasser shop verdammt viele neue sachen am start und es ist auch wirklich wirklich echt viel hier drinnen ok